Ehre und Stolz kann zu vielen Problemen führen. Viele Menschen werden aus gekränkter Ehre, aus gekränktem Stolz sich zurückziehen, werden unter Gesichtsverlust leiden, werden aggressiv werden. Viele Probleme und viele Gewalt ist auch entstanden, weil Menschen in ihrer Ehre gekränkt wurden. Glücklicherweise leben wir heute in einer Gesellschaft, wo diese Ehre und dieser Stolz, mindestens so wie ich es wahrnehme, nicht mehr so massiv ist wie früher. Es gibt ja aber in anderen Kulturen auch Ehren, Morde und so weiter. Und das ist glücklicherweise in westlichen Gesellschaften etwas seltener geworden. Im Yoga sprechen wir vom Ego und das Ego identifiziert sich. Und wenn das Ego gekränkt wird, dann fühlt man sich nicht wohl. Ich selbst sage gerne, sei jedem dankbar, der dich kränkt. Wann immer du ein Gefühl der Kränkung hast, sei dir bewusst, wo hast du dich identifiziert, wo ist dein Ego. Daran kannst du dann arbeiten. Ein wahrhaft spiritueller Mensch wird letztlich nicht mehr gekränkt werden können, denn du hast nichts, wo du dich mit Beschränktem identifizierst. Jogi sagen, in Wahrheit bist du, ewig und unendlich, eins mit der Weltenseele. Du brauchst dich nicht, du brauchst keine Ehre und Stolz auf etwas Beschränktem zu haben. Du bist das Unsterbliche selbst. Und ob Menschen deinen Körper oder deine Psyche kränken oder dich in deiner beruflichen Position herabsetzen, es spielt nicht die große Rolle. Betrachte also Ehre und Stolz eher als Manifestationen des Egos und gekränkte Ehre, gekränkten Stolz als Gelegenheit, spirituell zu wachsen. Ehre und Stolz positiv gesehen. Du kannst natürlich Ehre und Stolz auch positiv sehen im Sinne von Gelassenheit. Die Stoiker haben zum Beispiel gesagt, es ist unter meiner Würde, mich über Kleinigkeiten aufzuregen. Du könntest auch sagen, ich bin ein Aspirant. Es ist unter meiner Ehre, wenn ich mich leicht kränken lasse, wenn ich schnell in die Unruhe gerate, wenn ich mich reizen lasse und wenn ich dann leichtfertig schimpfe und so weiter. Ehre und Stolz könnte dich auch dazu bringen, ein gelassenerer, ein ruhigerer, ein souveränerer Mensch zu werden. Insofern gibt es auch positive Aspekte von Ehre und Stolz. Was meinst du dazu? Schreib es doch in die Kommentare. Und danke auch, wenn du jetzt auf Daumen hoch oder Gefällt mir klickst oder die Sendung mit anderen teilst. Mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de